Geh zu, geh zu, geh zu, geh zu dir! Sieh genau hin. Da draußen. Warte die perfekte Runde. Kannst du sie sehen? Ich denke schon. Die meisten können's nicht. Carol Shelby? Schon möglich. Lee Iacocca, Ford Motor. Angenommen, Henry Ford II. will den besten Rennwagen bauen, den die Welt je gesehen hat, um die 24 Stunden von LeMort zu gewinnen. Was braucht er dafür? Etwas, das nicht käuflich ist. Geschwindigkeit kann man kaufen. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Sie brauchen einen Vollblut-Rennfahrer hinterm Lenkrad. Das ist Ken Miles. Ich trau ihm nicht über den Weg. Wir hörten, er sei schwierig. Nein, Ken ist ein Schoßhündchen. Nein. Was es auch ist, Shell. Nein. Vertrau mir. Du willst ein Auto bauen, das Ferrari besiegen kann. Mit... einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage. 90 Tage. Das ist nicht das erste Mal, dass Ford in den Krieg zieht. Wir sind mehr als nur Papiertiger. Also los, Carol. Ziehen Sie in den Krieg. Dankeschön. Dankeschön. Denkst du, du kannst Ferrari besiegen? Ich werd's versuchen. Wir sind leichter und schneller. Wenn das nicht reicht, sind wir fieser. Wir werden Geschichte schreiben. Le Mans 66. Bereit? Ich wurde bereit geboren, Mr. Sherby. Vollgas. Ab November, nur im Kino. Uzbek. Nachher. Und có neige noch zur Vollgasm hitchholesome. Não gibt's nicht nur Security. Uhm... Germany.